Auch wenn hier wieder ein technischer Fieler unterläuft von Jürgen Simic. Oh, und ein tolles Tor von Maxim Orlov, der den Abschluss hier kreiert von der Mittellinie. 33,25 Sieg für den VfL Potsdam gegen die Füchse 2. Machen wir den Deckel drauf. War jetzt kein Handball lecker bisschen, aber es gibt auch zwei Punkte. Und der VfL präsentiert sich auch im dritten Spiel sehr souverän.